so ist er mit einem heute draußen hier hat es noch zwei anderen Stimme im Hintergrund also als nicht mit Kratzer einmal haben wir den Schiedlias und einmal die KM was nicht heute so viel Gespräch sind spaß das hatte die sind auch mal heute dabei aber zocken gerade andere games weil die ist richtig Dank weil wir haben als Staub nicht nicht in so ein Dodo die ich glaube es gibt es echt für dieses Auto kein Anime Design mehr oder ich bin anscheinend blind ich habe keine kein Blasen Schimmer aber auf jeden Fall das eine Design lassen wir mal so drauf es ist Pink Pink ist auch eine schöne Farbe stimmt Elias was meinst du Pink ist geil oder mal was Violettes drauf nein aber zwar nicht aber ich nehme eine Liederne Nitro Farbe dann Reifen Qualm haben wir was Grüns dabei ja Grün haben wir dabei das ist gut dann nehmen Grün Reifen Qualm grob Neon haben wir doch richtig viel Lila Neon sonst ist was Schandtönung haben wir nun 40 Grün Grün Farbe aber Violett und Grün das heißt okay da mal grün dann nehmen auch das Schöne die Grün 56 klar lang an die Strasse B und Pink der WM zu 100 Prozent violett mit 58 das was ist was ist was ist was das hatte zu das so so die jahre ja 65 65 65 65 Corona Corona Spaß die 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 60 bei Ort bei mir ist auch alles groß in mein meiner Gemeinde so es ist aber ganz ehrlich die 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 Schmutzbilder Die Tür noch nicht mal auf 50. ja es was mir ob er noch nicht die aus die schaffe ich das ist einfach so länger davon kann sich jeder der hier hinten hingeht Dach Dach Arnie Panoramadach lassen Sieg sind aber ich brauche ein bisschen ich habe ein Auto zu viel gepimpt die leicht zu viel die Fragten muss Ohr ich brauche zwei jährige Sachen noch für meinen fahrt der Wettbewerb mit dem Vortrag Tor hmmm Fragteile ich glaube auch schon da was es müsste ich glaube irgendwo hier sein oder so oder hier oder irgendwo ich gehe mal hier das ist fantastisch ich gehe mal hier ich gehe mal hier ich gehe mal hier kann ich gehe mal hier hier ausgedrungen Spaß habe ich nicht Willst du jetzt? Uff Luft Es ist eben nicht Es ist eben Es ist eben Es ist eben Es ist eben Ja, das ist dann der Weg. Was ist das Ding hier tun? Huh? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich kann es nicht so gut sein. Das ist gut wo du da seid. hier zu die Wüste und da sein Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich fühlte da das eine Faktor nicht wieder. Ich fühlte es dir. Ich fühlte es dir wieder. Ich fühlte es dir wieder. Ich fühlte es dir. 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 Ich mache wirklich, das schaffe ich nicht. Wieso hat der Mishima als Einladekampagne genommen? Kleiner, die Glocke haben die 3.9 Jahre auf. Die Glocke hat er in die 2.5. Die Glocke hat er in den 3.4. Die Glocke hat er in die 5.3. Die Glocke hat er in die 1.3. Egal. Und rein geht in der Partie da, ja? Und dann redet er noch mal in der Schringer. Da sind ja sehr komische Leute. Welche komischen Leute? Hier in Schringer und in der Partie. Wirkliche Angelegenheiten. Oh, das ist mir geil, da ist schon nicht zu heiß. Was ist mir egal, oder? Was ist mir egal? Oh, der ist mir egal, du bist! Oh, der ist mir egal! Ist mir egal, wirklich! Ja, ja. Nee. Na. Muss ich mal schauen, dass ich auf dem Arm war nicht klar. Ja. Ja. Wunderschöne hat aus. Wo kann ich es auf dem Arm nicht sehen? Ja. Ich bin ganz gut. Wir haben alle Angst. Ich bin ganz gut. Ich sollte mich umsehen. Hier könnte irgendwo ein brauchbares Teil sein. Woops! Ich verstehe das nicht. Oh, come? Ups! No, 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 no. Natürlich, natürlich, natürlich! Ich hab' nen scheiß Auffa. Komm runter, runter. Ich hab' ein scheiß Auffa. Ich hab' ein scheiß Auffa. Komm runter, runter. Ich hab' einen scheiß Auffa. Jetzt bitteschön, Geist! Um... Das war's für heute. 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 Ich hab da aber erst angefangen. Okay, ist es? Aber so nice. Auf allen Dingen stehe ich mit hoch. Hast du gelesen? Muss nur noch das andere klappen und dann passt alles. Christopher, bist du noch da? Ah, warte mal. Ich wollte den einen noch anrufen. Da sind aber auch viele Camper da bei uns. Ja, hab ich. Ja, ich bin halt auf jeden Fall heute Abend da. Hi Steffi. Ja? Also ich kann jetzt bis 2, 3 aufplanen. Sehr schön. Sehr schön. So muss das. So hab ich mit dem Abend nicht vorgestellt. Ich kann heute Abend wahrscheinlich nicht allzu viel zocken, weil Martin da ist. Okay. Habe ich hier noch andere Freunde. Welches Setup willst du für diesen Wagen? Ich weiß nicht, wir zocken viel zu wenig. Das Racer Setup? Was? Wir zocken ja nur allzu wenig. Siehste? Ich muss mir morgen ganz viel nachholen. Sehe dir diesen Klassiker an. Der 65er Mustern. Das Grollen seines V8 ist einfach unvergängbar. Du hast schon auf mein WhatsApp-Status geguckt. Du wirst Status? Mein WhatsApp-Status, ja. Ja, das habe ich. So, dann habe ich das. Hm? Ich höre einfach jetzt mal Sailor Moon. Als Langeweile. Als kann. Als kann. Als kann. Ha? Oh ne, hier. Dann will ich streamen nebenbei auf. Ding. Oh, opala. Ah Sailor Moon. Ja. Das habe ich mir gestern reinziehen müssen. Äh, ich, ich guck grad auf, auf ähm. Das ist so übel. Ich guck grad auf Netflix. Äh, wie heißt denn das? Wie heißt denn der schnell? Ähm. Bullshit. Es ist auch ein Anime, aber ich, äh, der Name ist zu lang. Ich hab mir das grad nicht gemerkt. Ich hab mir das grad nicht gemerkt. Das ist relativ ab, ey. Oh. Oh. Ich muss mir definitiv Energy holen. Sonst überlebe ich die Nacht durch. Ja. Nein. Ich schwöre hier so richtig. Ich schwöre heute mal die Nacht durchmachen. Ich hab voll Bock drauf. Oh. Dann muss ich das nicht... Na, was ist da? Na, was ist das sonst? Ja. Na, was ist das nicht so? Das ist geil. Warte mal kurz. Sailor Moon. So. Bremsscheiben. Damit das Auto wieder bremsen hat. Bei der Stadt. Eieiiieieieieiei. Du hast ihn reingeschickt. Warte. Schreibe ich ihn noch rein. Du kannst es tun. Oh, Selamore. Langeweile. Das ist normal. Ich weiß schon, wenn ich mir nicht drauf bin. sind das mann hat man eine alte meine und sie hatte vorige Woche ein Reitunfall na ich weiß noch also wenn man gut super ist das ist eigentlich nicht so möglich aber man muss aufpassen sagen wir so Pferde sind nicht so Pferde sind bei Pferde müssen echt aufpassen Na da kommt von einer ins Film und hat gefragt ob er mit Pferde stehen gehen kann weißt du mit mit was ich Pferde stehle was denn mit mir ja von mir aus aber auch von mir aus der war Tülle er war natürlich mit dir er sei nicht ein das war ich in meinem ja was sch-